Musik Jetzt trudeln sie aber allein hier Jetzt auf einen Schlag Ein frohes Neues, mein Freund Schön, dass du da bist Freut mich auch Was ist das? Kenne ich noch nicht? Was gehört das? Musik So Freunde, da sind wir In 2023 Und wer fehlt? Der Ralle Das schenkst du dem schon eine Uhr zu Weihnachten Und schaff das immer noch nicht, mein Gott Aber Ralle Du hast ja noch ein bisschen Zeit, dich zu verbessern Mit dabei der Christian Mit dabei Der Rafa Neues Gesicht Also für mich zumindest Und Lillifee Wo ist die Lillifee? Wie wirst du ausgesprochen? Lillifee? Lalla Lillifei Hi, da ist er wieder Der echte Marcel Wo ist denn der andere? Krank Schwächelt der oder was? Ach guck mal Ist das nächste Gesicht Den kennst du doch auch noch Den kennst du doch auch noch Morgen Jungs, frohes Neues Frohes Neues Seid du schon früh unterwegs gewesen? Na jetzt erst los Guck mal, wie sauber das aussieht Guck dir mal meine Kiste an Die habe ich gestern Die bin gar nicht geputzt Gestern war ich auch unterwegs Genevo gut, ne? Bestes Rad Aber Bulletin genauso Fahre ich auch noch genauso gerne Also Bulletin hat mir keinen Schuss gemacht Ne? Ne, im Nachhinein muss ich halt echt so eingestehen Ja Aua Sieht fettig aus mit der Wangenrengabe Hier, schaut mal Ich pixel dich auch weg, ne? Ach, ich hab da kein Problem Ich hab da kein Problem Schwarz Schönes Rad Schönes Rad Schönes Rad Oh ja Guckt euch das an hier Guckt euch das an, ey Guckt euch das an, ey Ja, ist ja nicht schlimm Hast du wenigstens mal einen Vergleich Mann Ich hab da gesagt, so ein Neujahr kann ich dich mal wiedersehen Ich hab mich ein bisschen wackelt, wie die Öffnung Ich hab da gesagt, so ein Neujahr kann ich dich mal wiedersehen Wir müssen jetzt ja irgendwie Guck mal, lacht doch Eine andere Laune Ich hab mich ein bisschen verkalteriert Der Baum ist jetzt irgendwie Moin Mois 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 ist jetzt komplett anders Jetzt geht's los hier, ey Ich hab da gesagt, ey Eigentlich hab ich schon damit gerechnet, dass der Parkplatz voll ist in die Uhrzeit Aber wenn wir jetzt noch ein bisschen warten, dann räumen die alle von uns die Tränen frei Das ist vielleicht auch nicht schlimm Ja Boah, und ein bisschen Tränenpflege machen Ralle hat ein neues Gadget Ralle, hast du ein neues? Was hab ich neues? Die Uhr funktioniert ja schon mal nicht Ja, die Uhr, die ich dir geschenkt habe, die funktioniert ja schon mal nicht Ganz genau Ralle ist jetzt mit der GoPro 11 unterwegs Achso, ja klar Jetzt wirken seine Aufnahmen demnächst auch mal ein bisschen schneller Fake Fake Genau Hyperview Modus Wer ist denn testen heute, Ralle? Ja, die hab ich schon eingestellt Aber kannst du keine Außenaufnahmen machen, ne? Weil sonst wirken wir alle fett Hast du dich immer beschwert bei uns Deswegen hab ich ja die Kamera gewechselt Nur für dich Deswegen wollen wir jetzt hier abnehmen Oder? Muss man nicht mehr fett sein Was meinst du, wie das nachher wieder aussieht, wenn du jetzt hier filmst? Ich Kannst du mal schön mit dem Musik drunter machen Und dicken schwarzen Balken hinterlegen Ja, also nochmal kurz zu den Schmierlappen Leider nur der Halle Marcel krank Ole im Dienst Basti geschwächelt Martin Verletzung Ingo Verletzung Lars liegt noch im Wohnwagen Irgendwo besoffen Weit weg Hab ich den vergessen? Schön, dass du nicht dabei bist Ja, Servus Traditioneller Schmierlappenride ohne Schmierlappen Naja, egal Aber wir haben ja viele andere nette Leute dabei Viele andere Schmierlappen Genau Bin bestimmt lustig Wir sehen uns gleich auf den Trails Wir fahren So, jetzt hast du letztens gesehen, wie ich mit Sarah hier noch gefahren bin Ja Das Stück am Ende von dem linken hier jetzt Da ist der drüber, ne? Ich nicht Machen wir das ernst am Schluss Schrecklich Moment, bin ich noch so Deswegen fahren wir jetzt erstmal eine andere Ich habe noch eine Tasse Bier in der Hand Irgendwie Ha 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 Ist das denn geradeaus oder nichts? Nee, rechts Ist das geradeaus oder nichts? Nee, rechts Warte mal hier Warte mal hier Ja, ist gut Naja, ist gut Aber wie ist der Träume? Ich bin hier voll drin in den Baum gefläst Der bringt doch heute bei VUNIX Ha 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 Haben sie schon weggeräumt hier? Ja Der Baum ist schon weg Was? Der Baum ist schon weg Der Baum ist weg Wenn es das hier geht Dann geht es um War 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 Hey, Verhältnisse sind top. Ja, aber ich fühle mich noch nicht top. Ja, ich mir aber auch noch nicht. Bin eher so... Alright? Weil der so scheiße ist, machen wir den? Ja, ich liebe den, ohne Scheiß. Ja? Ja. Warte mal, warte mal. Da nehmen wir da nicht zu, Alter. Also nicht fahren. Oh, das könnte der Kettig. Guck, siehst du? Ja, wir müssen auch ein bisschen nach dem Curtis fahren. Er hat nur 500 Akku. Weißt du, deswegen. Oh, komm. Ja, komm Curtis, musst du durch. Das ist so schön! Und dann, chega mit mir. Richtig. Derensored ist ja. Oh! Oh, komm! Oh! Oh! Oh, komm. Oh, komm! Schau, schau, schau. komm ich erspare ich den komm ich erspare ich den der ist echt sehr scheiße heute Gottes hast recht, ist richtig scheiße heute Bistian hast du keinen Bock mehr oder was? hast du keinen Bock mehr? ne die Kurven kam nicht mehr rein so kreativ der geht eigentlich noch weiter aber ich erspare euch das ja der macht jetzt bei dir im verhältnis kein spaß ja der ist halt weil er so du siehst nichts das ist eigentlich mein Lieblingsduell ja aber ich habe hier meine Krone verloren ich habe meine Krone hier verloren oh nein ich habe Angst ich habe Angst ich habe ihn mit mir Bis zum nächsten Mal. 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 Ich war ohne. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das geschieht sogar allein. Und er ist ein GoPro Fanboy. Sorry. Ja noch vor dem Drop. Vor dem Drop. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Alle da. Alle da? Alle da? Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye! Uuuhh! Na komm, Bruder. Jetzt machen wir erst den linken. Da lag ein Baum drin, aber anscheinend ist der weg. Wenn da da liegt, dann machen wir direkt weg. Was besonderes hier? Äh... Ganz normalerweise. Keine Sprünge. Komm! 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 Wir haben euch gesehen! Komm! Hier seht ihr den kleinen Ralle. Neral, jetzt kannst du mal vorfahren. Die Challenge! Und guckt euch diesen Lameboy an, wie ihr den Trail runtergleitet. Er ist außer Kontrolle. Guckt euch das an! Hier ist das Wurzelfeld. Ah, Ralle verkackt natürlich. Mit Füßchen, mit Schi auch. Halb an! Und verkackt! Schnell Platz machen! Und verkackt! Jetzt Raffa, der macht das! Und verkackt! Und verkackt! Ist das ein Trail? Ist überhaupt ein Trail? Ist das ein Trail? Ist da ein Trail? Ja. Ja, siehste. Weg kriegen wir aber weg. Weg kriegen wir aber weg. Jetzt machen wir. Oh, Junge. Denk an eure Füße, Männer. Ja, das ist ja nicht. Pass, komm weiter. Noch ein bisschen. Komm, mach mal. Schwingen wir aufnehmen. Denk an eure Füße. Komm hin, nicht mehr. Jetzt nicht mehr. Also doch stabiler, wie gedacht. Also brauchst du keine Angst? Da ist Sarah ganz langsam darunter. Ich hinterher hier und bin auch langsam in den Vorderrad. Auf die Wurzel. Hängengeblieben, bis vorne rüber. Genau, jemand zu sein. Das ist ja nur noch ein Pfaffer. Drin, so kippen. Knitter, knatter. Hast du den besten Platz hier. Ja, ich hab mal wieder was zu Hause. Ja, ich hab mal wieder was zu Hause. Ja, ich hab mal wieder was zu Hause. Ja, ich hab mal direkt mal wegnehmen. Ja, ich hab mal wieder was zu Hause. Oh, so lame. Ja, ich hab mal wieder hängengeblieben. Ja? Ja, ich hab mal wieder hängengeblieben. Äh, nur Wurzeln. Nur Wurzeln. Warte da. Hallo. Laufen lassen, würde der Marcel sagen. Füßchen! Laufen lassen! Laufen, lassen gibt Sicherheit! Füßchen! Schön! Ach, ich liebe das! Ich liebe das! Ich finde ihn gut, weil er so herausfordernd ist. Du musst viel mit offener Bremse fahren, sonst bist du weg. Überlebt? Ja! Ist das dein Akku? Hier hast du Angst! Hier hast du Angst! Hast du das gesehen? Da lässt die Kamera wieder hin! Hier ist eine größere Runde. Ciao, bis zum nächsten Mal! Ja, hab ich gerade gehört! Hast du den hergeschmissen? Ja! Ich brauche immer hier so! Zweite Lunge! So geht er! So, wir schreiben machen! Viel Spaß noch! Hallo! Danke euch! Seid beide, ne? Jo! Hallo? 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 Ich glaube auch noch mal los, eh! Das war's für heute. Geil Ralle, das Hacken! Das ist aber auch eine Flut von Matsche geschmissen gerade Das ist schön hier, finde ich auch gut Das ist schön hier, das ist schön hier Woh! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020